Brasilien spielt gegen Portugal in der Fußball-Vernacherschaft in Afrika. Wir können zusammen das Spiel sehen. Ja, ihr kommt zu mir kommen. Wie viel Geld haben wir? Ich habe 10 Euro. Ich habe 10 Euro. Wir haben auch 10 Euro. Toll, das macht 47 Euro. Dann können wir Eis, Mais, Schokolade, Cola und Obst kaufen. Toll, es wäre ein Mango. Affe und Birne. Gewiss und Orange. Trauben und Wasabelone. Wer wird eingeladen? Marcella und Gabriela. Wo kaufen wir einen? In Supermarkt. Okay, tschüss. 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 Tschüss.